Harry Potter, like a G6-Parodie, like it's Quidditch. Ey, Deutschland spielt doch gerade oder so, ne? Ja, aber es ist gerade Pause. So, wie steht's? 1-0 für Deutschland. Ja, Jungs, ich glaub, hat einer von euch Bock auf noch ne LOL? Ja. Alter, wir sind genau auf 5 mit Philipp, ich denke, das ist ein Zeichen. Ja, ich bin nicht im Chat drin, im Chat. Dann geh halt in den Chat rein. Ich bin auch nicht im Chat. Ja, dann geh halt in den Chat rein. Ja, es geht nicht. Maxi, Maxi, ich glaub, Jan will dir sagen, du sollst in den Chat reingehen. Ach so. Warum sagt ihr das nicht?